ähm, zack, so hab ich echt keine Idee, ne, wer das war ach so, Early Boy, genau, der fehlt noch, stimmt ja dann, mach ich ja mal Early Boy draus Early Boy so, na, Sculpt so, und wer fehlt noch ach, wer war denn das fehlt doch noch einer boah, das weiß ich jetzt nicht mehr, sorry ich geh, glaub ich, erst mal pennen nochmal sehen, was wir diese Folge so machen ah, ich bin im Morph, deswegen geht's nicht zack jetzt geht's so da sind wir wieder erst mal bisschen Experience zum Frühstück wer mag das nicht und hier frage ich mich immer noch, wie hat denn das hingekriegt, dass das hier so so schräg ist, wie geht denn das boah, da hab ich echt keine Ahnung das ist so ein bisschen schräg, oder das ist einfach so, von Natur aus so kann ich das nicht ja auch mit dem Hammer nee, das war ein anderer, das war der Carpenters Heimarker, oder? ja das ist auch lustig hier die Dinger was passiert, wenn man da reinfliegt? nix, okay, das sind einfach nur Texturen ja da haben wir jetzt die Hall of Fame, oder wie man das nennen will ähm hier hinten zum Beispiel müsste noch was hin und hier, der Baum kommt weg den braucht kein Mensch zack, und dann können wir hier naja, ich bin halt nicht so der kreative Bauer da hab ich, das ist mir schon öfter aufgefallen das kann ich irgendwie einfach nicht alles, weißt du verstehe ich auch nicht, warum dann können wir hier zum Beispiel noch was wegmachen na warte, das sind die Neuen dann mach ich mal die Neuen zack so, und dann ja, dann können wir eigentlich hier die ganze Reihe Schmitte abreißen und ich überlege, wer war denn der Letzte im Projekt noch? hab das voll vergessen, ne? keine Ahnung mhm müsste ja eigentlich auch ein kleinerer Kanal sein, oder? bin mir gerade gar nicht sicher hm ja, da muss ich nochmal gucken das weiß ich jetzt wirklich nicht das fällt mir glaube ich auch nicht mehr ein jo was haben wir dann noch so auf der Liste? ich weiß gar nicht was können wir denn noch so machen demnächst hm ja, ich könnte eigentlich auch mal hier ein Thema ansprechen, aber da weiß ich auch wieder nicht ja, was nimmst du so, weißt du bin ich ja immer so unkreativ oder naja einfallslos, sagen wir mal eher so da fallen auch manchmal Themen ein die ich dann einfach wieder vergesse weil ich sie nicht aufgeschrieben hab das ist auch mal ärgerlich dann hol ich jetzt erstmal noch ein paar Farbpleb 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 ich mach's einfach bevor ich groß rumrede hier ach, ich krieg's ja eh nicht geschissen so ähm wie hieß denn das? add mod stat äh Palette okay da haben wir noch drei die submitten wir alle und dann brauchen wir noch wenn ich mich richtig erinnere Rose Red die mach ich auch mal alle äh hallo zack all so dann Lapis und Cactus Green Lapis mach ich auch mal 8 hä? ah ne, ne nur 8 nicht 408 und Cact Cactus Green Submit so das kann ich ja gleich mal so hier machen ähm warte mal ich brauch was brauchen wir denn noch dazu? ach ein Holzbrett einfach nur okay die kann ich mir auch so machen aber ich hätte dann doch nochmal gerne warte wir haben's ja gleich nochmal 8 Submit und nochmal Cact ne 8 Submit so dann können wir das jetzt machen so und so und dann haben wir noch ein paar Paletten und da können wir unsere Figuren jetzt auch endlich mal färben und mal sehen wo ich meine Statue dann hinbaue so alle kriegen sie Farbe zack und die Fraktion auch noch ach das hat gar nicht gereicht ich dachte das reicht locker wir brauchen noch ein paar na da hole ich noch ein paar Gomm oder so war ja auch nicht dabei ne ähm warte mal also muss ich wegen hä muss ich jetzt wegen einer Rose weg warte mal ähm zack jetzt hab ich keine Rosen mehr na da klau ich mir doch doch mal das hier was unterm Baum steht das lassen wir mal durchgehen und den Rest muss ich noch dabei haben oder ach hier sind ja noch drei ja die werden auch nicht reichen leider ähm la die zwei haben wir ja nur noch und schon wieder Cactus Green und da craften wir noch mal ein bisschen mehr ne so war das und so und so andersrum naja dann müssen wir halt noch mal los ist natürlich schade da haben wir ja immer 30 Millionen mal hin und her fliegen müssen ach und für die letzte Statue reicht's dann doch nicht so tja ich weiß nicht wer das sein soll ne sieht auf jeden Fall so mit Farbe auf jeden Fall schon besser aus auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall natürlich wieder 30 mal dasselbe im Satz sagen warum auch nicht das mag man ja immer so ja was machen wir jetzt noch die letzten zwei Minuten das ist eigentlich ne blöde Frage gibt so viel zu tun theoretisch ich kann aber ein bisschen mein Inventar entrümpeln das ist immer ne gute Idee und noch ne Screenshot machen natürlich auch ähm die Tür weg das Zeug das Zeug das Zeug Schüssel kann ich mir mal behalten die behalte ich auch mal so dann mach ich noch mal ein Screenshot jetzt davon was wir hier hinten gemacht haben warte mach ich mal so hier von der Seite ist besser oder warte mal so so ist besser ne von hier oder ne noch ein bisschen weiter höher ich müsste eigentlich eigentlich war das ja schon richtig aber man dieser scheiß Baum hier nervt ne ah ja die ganze Zeit nur Screenshots machen äh das ist ja auch blöd eigentlich ich glaub einen der Folgen nenn ich einfach so how to make Screenshots oder so oder Thumbnails halt na F2 und dann hm brauch ich glaub ich noch einen äh äh was kann man da noch machen wo waren wir denn alles auch noch bei Bastis Haus da kann ich noch mal in Bastis Base gehen und dann werde ich wahrscheinlich das nächste Mal äh woanders mal machen was jetzt sind wir hier eigentlich durch und dann werde ich mal in irgendeinem anderen Haus weiterbauen oder so mal sehen was mir da was mir da einfällt vielleicht find ich ja das Haus von BDTV und kann da mal weiterbauen da gibt's nämlich noch viel Spielraum nach oben auf jeden Fall und jetzt hat der Drache mich so komplett verwirrt dass ich nicht mehr weiß wo ich hin muss da vorne warst okay die Aufnahme ist auch schon rum ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ich bedanke mich fürs Zuschauen ähm und den Screenshot kann ich ja auch alleine machen dazu brauche ich euch nicht ne bis zum nächsten Mal und tschüss tschüss